Ging, deswegen starte ich jetzt die zweite Clash-Trop Ja, willkommen bei der Sky, ihr habt schon gehört, Handling ist mit am Start, leider Aber wir haben natürlich den Spencer auch dabei, der Soldat ist, im Gegensatz zu Handling Ja, ja, ja Ja, vor allem, ey, du kannst dein Genick so richtig krass hier so Boah, alter, boah, ist das heftig Jahrelange flutschen, sag ich dir mal Alles klar, also mittlerweile ist auch noch der Lock, der gerade am rumweinen ist, weil ich ihn aus dem Motiviert hab Doch, du holst rum Ja, nein, ich hab keinen Bock mehr Wir können ja, wir können ja eine Gruppenabstimmung starten So, Stroophole, ob er am rumweinen ist Oh, ihr seid echt abfockert Sollen wir wieder in die Mine reingehen? Ja Okay, diesmal gehen wir in die Mine rein, ohne zu sterben, denn diesmal hab ich ja einen Ich hoffe, ihr verreckt, elendig Alter, da hast du aber ganz schön Ey, guck mal her, guck mal her, wo bist du? Ich bin pessimistisch, ja? Ja, das ist echt ganz schön pessimistisch Achtung, fertig, los Oh man, du hast mich wegge... Mann, du spürst mich Da ist ein Zombie über uns, da ist ein Zombie über uns Pessimisten sind Optimisten, die nachgedacht haben Scheiß, Optimist, dein Zornel Ich finde, ich finde, ich finde das krass, dass du einfach deinen Status jetzt so vorgesagt hast Das ist echt eklig Ja, was hat dein Status? Lock, willst du es nochmal wiederholen? Nö, nö Ein Pessimist ist ein Optimist, der nachgedacht hat Nee, alles klar Das ist halt alles bei Monster Das Problem ist, ich hab übel ziel Holz dabei Ja, ich hab blockiert, ich seh es nicht Das Problem ist, ich hab übel ziel Holz dabei und weiß nicht, was ich damit machen soll Geht mal her Vielleicht hier die Kiste legen, damit ich das dann verwenden kann Wir sind in der Farmwelt mit zweitwimmel Soldaten Ja, ja, ne? Zwieitwimmel Soldaten hat Pfeile brauch ich auch nicht, Redstone brauch ich jetzt auch erst mal nicht Ah, das brauch ich, das brauch ich, das brauch ich Okay, das, nein, das war die Schere, die wir nicht haben Prost, da kommt ein Sokolett, prostig Ja, ist kein Ding Oh, fuck, man, verteidige mich doch Ja, ich bin bloß ein dummer Soldat, ich weiß nicht, wie das geht Mann, du bist ein ganz dummer Soldat Man, du bist ein ganz dummer Soldat So weit, so weit, so weit kannst du schon noch denken Ja, das ist ja das einzigste, was du kannst Die Steinwerkzeuge tue ich auch mal weg Die Wolle bereite ich mal Machen wir das mal so, so Ey, hast du auch viel Scheiße dabei Richtig, ja, rotz Oh, knapp vor mich wurde gerade geschossen Macht aber nichts, ich bin da eiskalt im Nehmen So, so, so Noch ein Steinschwert, das kann weg Das hier kann weg Das hier kann da hin, das kann weg So, ich bin vorbereitet, ich bin Sie aufgesammelt Okay, ich pull mich jetzt hoch Hä, warum, ich stecke mir gleich mit der Mine ein Ja, die Mine ist oben Ja, hast du nichts im Auffahren oder? Ah, musst du gerade niesen Nein, habe ich nicht Ich bin ein Armer so da Ja, warte, komm doch her, ich kann dir Wasser runterladen Ja, werf mir Wasser runter Nein, ist hier alles aufgesammelt Fuck Ah, das kommt weg, das kommt auch weg Ja Danke Ich werde da, ey, ich werde, ich vertraue dir Ich vertraue dir ehrlich gesagt nicht Ich muss schon wieder näher ans Mikrofon rangehen Ich brauche echt mal ein neues Mikrofon Weil das geht mir richtig langsam auf die Eier So, machen wir mal so Perfekt Ich mache hier weiter, weil ich vertraue dir ehrlich gesagt nicht Ah, oh du Spasti Ah, puh Warte, ich brauche eine Fackel Nice Die tue ich mir nämlich jetzt hier in meine linke Hand Und jetzt machen wir die Hood unsicher Wow Spencer, bist du bereit? Das nehme ich mit Ja, easy Weiter geht's Wir pushen, wir rushen Hier ist ein Workbench Okay, interessant Hier sind Schienen Schienen Hier geht's nicht weiter Das ist blöd Also ich rush jetzt einfach mal hier vor Oh, hier ist schon Ende, okay Gut, dann packe ich mein Zeug Und gehe wieder nach Hause hier Alles gut Das war's mal, der ist geil Nein, Spaß Hier unten geht's auch weiter Welche Höhe sind wir überhaupt? 38 Da muss noch eigentlich ein bisschen weitergehen Ey, was ist das denn für ein krasser Raum hier? Nice Du hast mich erschrocken, Alter Ich hab schon gesagt, welche hässliche Kassplatz ist da hinter mir? Aber das war ja nur Spencer Also alles gut Hier knallt es aber deftig Ey, liegt noch überall Erze rum Warum baust du nichts ab, du Lappen? Weil ich ne Kiste gefunden habe Was hast du? Alter Alter Hast du ne Kiste gefunden? Mit Schutz 3 Echt jetzt? Ja Wo bist du? Einfach geradeaus weiter Aber hier ist auch alles dunkel Und ich trau mich nicht ins Dunkle Hier mein Geil ist dafür Was ist denn das? Ui Protection 3 Das Problem ist Obwohl das können wir ja eigentlich auch Auf Werkzeuge verzaubern Ja Ich meine, wer will nicht ne Spitzhaken mit Schutz 3 Deswegen, deswegen Ich meine, das ist ganz gut Das bringt uns allen was Das bringt uns auch im Leben voran, finde ich Da hinten ist noch mehr Kohl im anderen Gang Hashtag Arbeiter, Hashtag Arbeiter Hier ist ne Sackgasse Das find ich jetzt grad nicht so cool Wenn ne Sackgasse ist, ist das nicht so schön Aber Gehen wir eben mal zurück Oh, der ist sogar schon zurück Dieser kleine Linge Gehen wir durch das Wasser durch Also muss das Sackgasse, Sackgasse Oh, ho, 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 ho Ich mach das, ich mach das Ja Könnte man theoretisch was in der Farmwelt bauen Weil ich hier so einen geilen See sehe Ja, bringt's auch Ja, klar Ja, klar Ich hab seine Zeit dafür Caps, Caps, Caps Alles in Caps Der Typ Was? Ah, fuck, ist ne Minispinne Hey, geh weg, geh weg, ich will nicht sterben Nicht schon wieder Nein Ich komme Oh, knapp, so knapp Ein halbes Herz Oh, fuck Alter, das ist scheiße An anderen Spieler sich ranzusneaken Ohne dass er einen sieht Wenn man keine Spitzsacke hat Tja Okay, ich hab hier volles Leben Geh mal bitte, warte mal Ui, was gibt's denn hier Wir können eigentlich auch mal nie das Rahmen gehen Hey, warte Oh, noch eine, noch oben, noch eine Fuck, geht doch weg, geht doch weg, Alter Bruder Sorry Ich werd hier angesprungen Oh Gott, das ist ja fettes Rammelei Fette Rammelei Krass Und der Spursor ist Nein Der Spursor, Ball ist Spursor Ich kann nicht Ich bin überall Fuck, ich geh drauf Ich geh drauf Das übernehme ich nicht Das übernehme ich nicht Ich kann gegen drei Spinnen, Mann Ja, du hast doch Rüstung, ich nicht Ich hab Ich hab Oh, der bastelt wieder Oh, oh, oh Oh, der ist weg Oh, geil Hey, da hinten ist irgendwas, was leuchtet Wie ist das? Aber Warte, warte, warte Komm jetzt, wir gehen hier lang Wir gehen hier lang Also, also Nee, das leuchtet blau Hinter dir ist eine Spinne Nice Danke Ja, der dumme Soldat kommt Bevor ich zu dumm Ideen, hä? Na, also Oh Gott, okay, okay Also, ich muss mal gucken, was Ah, hier, Achtung, Spinne, Spinne, Spinne Ach, jetzt noch was vorbeigert Krasser Scheiß Ich geb die Rückendeckung Von wo werd ich da angegriffen? Redet ihr Ah, Mann Ich geh jetzt hier rein, eiskalde Ist mir scheißegal Ja, warte, ich bin Soldat Ich geh doch eigentlich noch ein Eisenswert oder so holen Nice Gut, dass du mir das jetzt Ah, oben Oh, shit Hey, entweder ich sterbe jetzt Ich werd angegriffen Ich werd angegriffen Oh, ich bin so tot Ich bin, ich bin Oh, fuck, Mann Die kam von oben Wenn du geradeaus gehst Da oben kam der grad runtergesprungt Ich glaub, das ist noch was Hä? Woher kam die Alte denn? Das war schon krass Also, sehr intense Ich denke, wir sollten mal auf dir Höhe gehen und einfach dir das warm, oder nicht? Irgendwelche höher sind wir dann Ähm, 28, nicht so mehr Wir müssen auf 12, komm, wir gehen einfach runter Scheiß drauf Ja, zwei Ja, Bruchstein wär eigentlich so ganz geil Ja, Bruchstein sammeln wir da sowieso Ach, stell daher Architekt Jetzt auch noch Ansprüche Ist unglaublich Alle Soldaten vor allem, ey Das ist unverschämt Kann ich selbst folgen Ab welcher Region? Warte, komm, eine gute Bruchstein Moment mal, ich muss mal kurz hier Äh, das kommt in die rechte Hand Diese Kack-Werkzeuge kommen alle bitte weg Ich weiß gar nicht, warum ich die schon wieder am Scheiß-Inventar habe Aber das regt mich langsam auf Das Protection-Drei-Buch brauche ich auch nicht Eigentlich, aber ich nehme es trotzdem mal mit Ähm Wie ich bin, sagt, ist was kaputt Die kommt auch mal weg Hier, ganz der Müll kommt weg So, den ganzen Rotz, den man eigentlich gar nicht braucht Aber den wir trotzdem irgendwie Dabei haben Kappelstorne Die Chests brauche ich auch nicht So, leiser, leiser Dann buddel ich mich mal schön nach unten Bist du bei mir, oder? Achso, okay Ich verstehe, ich verstehe Wir müssen zurück auf Höhe 11 Oder sagen wir mal Höhe Ja, doch hier so Höhe 10 Und schon habe ich Redstone gefunden Redstone gibt es wie Scheiße am Meer Überall Möwenscheiße irgendwo ist Ja, das ist ein bisschen zu weit Habe ich so das Gefühl Komm am besten wieder hoch zu mir Zu dem krassen Sky Gesundheit Schönheit So ein bisschen Ja, Schönheit ist das Danke Ich habe gerade eben ein Monster gehört Es kann aber auch Warst du das vielleicht? Naja, nee Ich kann da keine Monstergeräusche machen Du bist aber eins Oh, ich hatte gerade ein sassen Deck Du, dann mache ich dir mal eine Kreuze rein Doch, ich höre echt hier Monstergeräusche Alter, dieser Lappen, ne? Welcher Lappen? Redge Justin Ja, das ist Drach HD Übrigens für die Leute, die ihn noch kennt Das ist Drach HD Der echte Der YouTube-Bahn macht, ja? Der macht, glaube ich, keinen YouTube mehr Der hat, glaube ich, aufgehört Aber ich bin mir ehrlich gesagt Gar nicht mal so sicher Aber man, ich will doch nur hier Irgendwann mal Dias finden, Leute Oder das Maragde oder so Und schon haben wir hier Diese scheiß Granit-Kacke auf Können ich kotzen, ey Ich budde jetzt so lange geradeaus Bis ich, oh, ich habe schon wieder Hier Redstone gefunden Eisen Nehmen wir mal das Eisen mit Warum nicht? Kann man immer gebrauchen, irgendwie Habe ich mir so sagen lassen, auf jeden Fall Ne, aber ich will es Maragde und Dias finden Aber leider finde ich die nicht Wie sieht es bei dir aus? Ich habe Erde Ja, ich grabe mich hier gerade durch Erde durch Irgendwie sagt mir, dass das Lava in der Nähe ist Aber naja Ich weiß nicht, ob das stimmt Aber ich glaube, ähm Das ist ja fast immer in der Nähe, wenn Lava in der Nähe ist Kann das sein? Die Wahrscheinlichkeit ist für mich auch, ja Oh, gut, dann grabe ich mich am besten mal nicht hoch Ich bin jetzt auf Höhe 10 Das heißt, ich grabe gerade so Ja, ich weiß nicht Vielleicht bin ich sogar 1 zu niedrig Über uns ist auf jeden Fall eine Höhle Ich lasse mal die Höhle gehen Ja, ich gehe jetzt safe nicht da rein Weil ich nicht mehr so viel Leben habe Ich könnte mich zwar heilen, aber Dafür bin ich zu inkompetent, weil ich ja nur ein Soldat bin Ja Ich bin so gut, wie er zu euch selbst steht Ja, das ist geil Real Problems Talk Spencer, wo bist denn du eigentlich? Ich bin in der Höhle Echt? Ich habe ein Apes und Eisen und Diamanten Und zum Rakt und so Und Gold auch? Ja, Gold ganz sicher auch, ja Gold muss doch Ich jub mich mal kurz am Fuß So, weiter geht's Ich habe mal wieder Eisen gefunden Aber ehrlich gesagt Also ich buddle mich die ganze Zeit geradeaus Ich glaube, weil ich buddle mich immer genau Zwischen den Diamantadern irgendwie hindurch Also ich weiß auch nicht ganz genau Inwiefern Ich da dann irgendwann mal das hier finde Hier ist wieder Redstone und Ende Hier ist wieder Eisen Ich sammle gleich kein Eisen mehr Ich, ich Weiß was Ich scheiße aus Eisen Ich buddle so lange durch Bis ich jetzt wirklich Zu einem Scheiß Diamant komme Also ich muss echt sagen Das kann noch ein bisschen länger dauern Ich mach das jetzt die ganze Episode Ich Mir ist das egal Mir ist das wirklich scheißegal Ich setze hier meinen Kopf durch Wie bitte? Uncut 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 Das ist wirklich ungeschnitten, Leute Wenn ihr jemand was sagt Ich cutte es nicht raus Mir ist sie Ich habe meine Fakke verloren Egal was, ja Ist ja da ganz sicher Was? Egal was Ich hätte Diamanten Ich habe Diamanten Ich habe es geil Echt jetzt? Ja, wer ist denn mitgekommen? Du bist so eine hässliche Kackpratze Ja, wer ist denn? Ist mir egal Ich buddle trotzdem weiter Ich wollte gerne mal wissen Wie weit ich jetzt schon gelaufen bin Ach, scheiß auf Diorit, Mann Hier muss doch irgendwo Er hat wirklich Diamanten gefunden Das ist krass Ja, ja Hier muss doch irgendwo Ein scheiß Diamant sein Komm schon Den Juwelier Halt's Maul Scheiß Klugscheiße Ja, in solche reichen Kreise Ja, kommen wir einfach nicht rein Als Soldaten Ne, wir sind Soldaten, Alter Ne, ne Ey, wenn du jetzt störst Mit den ganzen Diamanten Wie viel hast du eigentlich gefunden? Sechs Ich bin enttäuscht von dir Wie viel hast du? Das ist jetzt ganz schön unfair Widerlich Widerlich, widerlich Du, dich schick ich mal in eine Verhaltensschule rein Ohne Witz Also, ne, widerlich Und wieder Erz Hier ein Scheiß-Tobby mit Unterhosen an, Mann Ja, aber das sind Unterhosen, Herr Das ist nur Einmal schön ins Mikrofon Reingehustet Das ist Max oder so Ich hab keine Ahnung Wer bewacht eigentlich unsere Hood? Gar keiner Ich bin Zyka, was machst du eigentlich? Farmen Wie immer noch Farmen? Was soll ich sonst machen? Nur Idioten farmen so lange Ich wette, du bist so ein Idiot Der sich so lange gerade ausbootet, bis er irgendwo ist, ne? Ja, so einer bist du Ja, fang jetzt an Ein Soldat Ich kann dir den Werbebanner bei uns im Teamspeak umschreiben Ja, hast du eine IQ 140? Dann werde Soldat Kannst du gerade noch so atmen? Dann werde Soldat Du konntest schon mit 5 Jahren noch nicht laufen Dann werde Soldat Ja, du bist so ein Koppel in die gegnerische Base eigentlich dann Schwimm Schwimm einfach dahin genau Schwimm wie eigentlich Bin ich vielleicht 1 zu niedrig? Ich weiß es nicht Ich gehe 1 zu höher Wir finden es raus Hier ist wieder Redstone GG Juckt mich nicht Was ist das hier? Was habe ich jetzt gerade gefunden? Vielleicht hast du deine Würde gefunden, du Typ? Ah, ich habe eine Lappesatuli Ja, ne, die Würde Die ist noch ein bisschen Also, die ist versteckt Die ist wirklich ganz glücklich versteckt Da weiß ich ehrlich gesagt Ganz genau Wo ich anfangen soll Dufflp ist online Dufflp Du kommst nachher ins rote Team Ah, wow 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 Ich kann leider erst ab morgen wieder aktiv mitspielen Sorry Ist kein Problem Ist kein Problem Ich bin fast gerade ein Lava eingefallen Bist du gerade am aufnehmen? Ich bin gerade am aufnehmen Das ist Dufflp Der ist original Ich habe mir gesagt Da soll man wieder mit YouTube anfangen Damit, ähm, ja Auf jeden Fall Fängst du wieder mit YouTube an Ah Ah Ah, kritisch Ja, ich versuche mich langsam an Gameplays Ähm, ne, weil ich gleich mal mit dir reden müsste Ja, rede ruhig Ich habe Zeit Auch wenn ich auf YouTube-Aufnahme bin Nicht, keine Trial-Version von irgendwelchen Aufnahmeprogrammen Ich bitte dich einfach darum Also ich finde Shades of Hidget gar nicht so schlecht Nein, nein, nein Das ist ein Programm gestern gekauft Das ist nice, das ist nice Das freut mich Aber nicht an welches Programm Ach, wir reden von Camtasia Aha, Schleichwerbung Schäm dich dafür, darf ich Du hast vor deinen Videos erst noch eine fette Camtasia-Werbung Ja, du hast ja generell eine Da ist ja so ein fettes Copyright drauf Dass es ja nicht mehr feierlich ist, du Das ist ja größer als die Freiheitsstatur in meinem Vorgaben Ja, eigentlich müssen die mich schon bezahlen, ne? Was? Eigentlich müssen die mich schon bezahlen, dass ich die so supporte Ne, ich mache Ja, ähm Ich wollte fragen, ob du bereit wärst später In, ähm Frühling, sag mal rum In Sauvorvorstellungen zu machen für meinen Server Du fragst mich hier leider Aber nur wenn das bezahlt ist, nur wenn das bezahlt ist Aha, wie viel willst du? Also unter 200 Nehme ich eigentlich nichts an, das sag ich mal ganz real Okay, danke schön Warte mal kurz Ja, ja, Paysafe wäre ganz gut Ja, ist 0,50er, Paysi Geht schon mal klar, würde ich sagen, ja? Ich bin hier wieder Hier ist schon wieder nichts sinnvolles, oder? Schon wieder keine Dias, aber ich geh trotzdem mal hin Hui Also was hast du gemeint? Ob du später, wenn wir fertig sind für meinen Server vorstellen machen könntest, dass es... Ja, das hab ich auch Okay, das hatte ich eben schon mitbekommen Ähm Ja, das müssen wir mal sehen Wenn der Server gut ist und es Spaß macht und ich wirklich drauf spielen würde Dann mache ich das gerne Und Ich kann's ja so machen, wenn wir fertig sind, kann ich dir da mal Bescheid geben Dann kannst du, wenn du Zeitung Lust hast, dir mal den Server angucken Oh, so, sorry So, ähm, ja, gerne Also ich würde auf jeden Fall mal Ihr habt jetzt alle gehört Ähm, ich würde auf jeden Fall mal machen und mir anschauen Es kann ja gut ausgehen Ich meine Handling, was meinst du dazu? Du bist ja mein Manager Ich denkst du den Crap-Mandant, du machst auf YouTube, Alter, what the fuck? Oh, Crap-Triff So, ich kann auch nicht das mal in Noten sagen Ich bin gegeben Also, mal warte jetzt mal Ähm, ich will das jetzt nur noch mal kurz klären Was hältst du jetzt davon? Nix, Alter, es ist mir scheißegal, was du machst, Mann Das ist doch dein Kanal Das ist ja mein Manager Ist das mir scheißegal, was du machst? Ich will Kohle sehen, Bruder, ich will Kohle sehen Pass auf, Mann, ich mach gar nix, Mann, und du gibst mir einfach 50%? Das ist ein Läftersleben, Mann Der schlägt mich, ja, ist häusliche Gewalt Aber sagt's nicht weiter Äh, wenn ich euch die Polizei anscheite, dann schlägt er mich noch mehr Mann, ich finde keine verfickten Diamanten Nur immer so'n dreckigen Scheißrott Oh, schon wieder Lava Ich lebe heute gefährlich Okay Man muss gar nicht so blut gucken Das ist alles seine Schuld, dass ich keine Scheiß Lava finde Äh Oh, jetzt hat Karma dich schon kontaktiert Was für ein Karma? Wegen des Server-Plug-In Oder wegen diesem Plug-In Einer, irgendjemand hat mich kontaktiert wegen irgendein Server-Plug-In, was ich mir angucken sollte Aber dazu kann ich noch keine große Auskunft geben Ich hab nur Joa geschrieben und er so, okay, nice oder sowas Okay Und irgendwie, ja, kam da jetzt nicht, aber ist auch egal Ey, ist gar nicht, hab ich noch jemanden Ne, äh, Alter, ohne Witz, was Auf welcher Höhe bist du? 11 11, ich bin auf der Höhe, 11, ich bin auch auf der Höhe, was? Ich find immer nur Redstone, mein Leben ist scheiße, mein Leben ist scheiße Hey, das sagst du viel zu optimistisch Mein Leben ist scheiße Okay, ne, da wird er sich auch langsam verabschieden Wie bitte? Er will nicht diese depressive Stimmung Ich hab, ich hab jetzt nicht verstanden, was DuffP gesagt hat, danke sehr Ne, ich bin schon, ich wollte dir sagen, Bescheid sagen, dass ich aufgehe, dass ich morgen gegen 18 Uhr dann da bin, wegen dem Projekt Das ist nice, okay, wir sehen uns dann Das heißt, hau rein, wir sehen uns dann auf dem Schlachtfeld, wenn ich dich dann umniete Ähm, ja, bis dahin würde ich sagen, hau rein, gell? Yo, ciao Ciao, ciao Das war unser DuffP, er will wirklich wieder mit YouTube anfangen Erst hab ich ihn abgeraten, dann hab ich meine Vorteile da drinnen gesehen und hab ihm gesagt, er soll es machen Sky, komm mal kurz in unseren Channel Ich kann mal jemanden schreiben, eine Sekunde, weil ich würde gerne noch die Aufnahme hier gerade, ich sag mal Abbrechende aufhören Ich geh zum Spawn zurück, Leute, ich seh keinen Sinn mehr in diesem Leben als Farmer Äh, sorry, als, als, äh, Bergarbeiter Denn ich habe jetzt tatsächlich haufenweise Stacks Cobblestone und jede Scheiße Nur keine Smaragde oder Diamanten Naja Gut, ich würde dann sagen, hau rein, Leute Du leckst nicht mal jetzt aber auf Hochdeutschersprechen würdest du nicht auf Äh, 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 aber, äh Alter, wäre das eigentlich perfekt Ich weiß nicht, was du von mir jetzt würdest, aber gut, egal Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal bei der Sky Du leckst nicht rein, Junge Ich lecke einen Scheiß, Alter, du leckst, ich lecke hier nicht, das kannst du ja bei einer Aufnahme gerne sehen Ich lecke kein bisschen Jawohl Gut, auf jeden Fall, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal bei der Sky Unterlasst ein Like, wenn es euch gefallen hat oder ein Abo oder was auch immer Scheiß drauf, ist mir egal, was ihr macht Haut rein, Leute